Servus Leute, hier ist wieder zurück, DaviesX. DaviesX? Odi? Odi? Nein, DaviesX, Voodie. Jo, und jetzt sind wir endlich wieder zurück. Und, ähm, ja. Nach langer Zeit, und jetzt machen wir einen neuen Raid. Voodie hat ihn schon gemacht. Er weiß, was passiert, aber ich habe ihn noch nicht gemacht. Aber... So schwer wird er nicht sein, ich habe schon viel davon gehört und... Es ist leicht. Es ist leicht. Es geht ganz schnell, würde ich mal sagen. Es geht ganz schnell. Und ja... Wir machen jetzt viele Raids, haben wir uns vorgenommen. Und da ich ja meinen alten Char wieder habe, wie ihr seht, müssen wir auch keine Hauptfests mehr machen. Ich denke mal, das ist eh nicht so... Interessant. Interessant für euch, deswegen ihr wollt lieber Raids sehen oder Kämpfe sehen in der Arena, und dann kriegen wir schon gebacken. Und wir sind im Team von City. Wir machen diesmal keinen eigenen auf. Beim Glaserus machen wir es dann. Den würden wir auch noch tun. War gerade Ibrahim. Ibrahim? Okay. Okay. Komm der nun rein. Nein, ob wir noch rein. Oh ja. Das wird ein sehr cooler Raid. Wenn er den einmal bekommt. Ja, wenn er den einmal... Wenn er den einmal bekommt, ja. Und wenn keiner rausgeht. Warte mal, braucht man hier Fulleys? Nein. Hier, gell? Da kannst du ruhig sterben. Nein. Echt? Wir halten nur überhaupt mal. Wir halten nur überhaupt mal. Wir halten nur überhaupt mal. Wir halten nur über den Quest gebraucht. Sag klar. Na. Asterix. Jetzt hatte... Der hatte gerade 15. Jetzt soll es. Geht halt hier daraus. Tupac ist auch dabei. Den kennt man ja auch noch. Ja. Kenn ich den. Stimmt. Den sieht man oft. Eigentlich. Normalerweise. Äh. Ayumu-chan kann ich auch irgendwoher. Ein Freund. Ein Freund. Ein Freund. Ein Freund. Du wirst ja ein Freund von mir. Ein Freund von mir. Er ist ein Freund von City. Ein Freund. Oh Gott. Und schon wieder raus. Scheiße. Das ist ja... Ähm. Na egal. Der Rates dauert ja eh nicht so lange. Und deswegen kann man aber eigentlich schon Zeit. Ne. Nimm nicht. Klar, Mini. Schneller umso besser. Na ja. Dann wird es ein kurzes Video für den Anfang. Aber das wird ja alles noch besser. Nein. Warte. Nein. Nein. Jetzt hat er... Jetzt hat er... Rom. Mach Team Spiel. Äh Team. Team Spiel. Team Spiel. Team Spiel. Ayu noch da. Ist sie da? Ich weiß es nicht. Sie macht keine SP. Ist sie noch da. Und sie sind dafür zuerst. Da habe ich gespielt. Ja ist da. Ja ist da. Ja ist da. Ja ist da. Ist das... Wie. Wie. 90 plus am Arsch. Jetzt ist wieder einer rausgegangen. Ich glaube schon. Ja klar. Schon wieder einer rausgegangen. Ja klar. Schon wieder einer rausgegangen. Ja klar. Schon wieder einer rausgegangen. Ach tatsächlich. Der kickt da und. Oh sie die. Na gut er will ja auch dass es klappt. Das klappt. Ja. Aber er will auch nochmal sicher gehen dass es klappt. Es klappt. Ja dann klappt es halt. Dann sag ihm du es. Es klappt es. Der will noch fünf Stück davon machen. Dann darf ich keinen Bock. Ich ahne. Ich ahne. Der Ayo ist wohl AFK. Krumme. 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 Ja gut okay. Das wird noch ein bisschen down wenn der immer was kickt. Deswegen muss ich ihn nicht so lange. Was eine Rotzäule ey. Sorry. Das ist jetzt. Jetzt müsste aber echt anfangen ey. Es ist ja schrecklich mit diesem rae. Los fangen an sie die. Warum OuQ mal Mercedes biri Art. Das macht dann. Jetzt wird man endlich wirzeig.. Das macht dann ja tatsächlich. Nein derregierung ist vorher. Das sind der Eingang. Nach der also. Das sind. Lana McMahon Feuerivalben und so. Es ist der Asterix da. Der Asterix wird wahrscheinlich auch gekickt. じゃh Entehrad ein paar Leute gekickt. Sehr blöd. ja der janty ist ein polyidiot aber auch 90 plus mal ja aber was bringt es alter ist der test doch gar nicht so schwer ist auch nicht ich verstehe die leute nicht aber gut go go power ranger wie oft wollen die das eigentlich noch fragen so tss gut es geht los leute endlich zu welchen bau am besten ich mache den zuerst den ersten da bist du okay das ist gut achster ist er denn in jas plus sogar plus null alter ernst julian ich hasse dich du kriegst jetzt muss man wie das abgeht hier cool das war das für kreise so vor vor schüttel ich gebäckst vor mobs töten alle lehrer fast keine kiele mp mehr der draco scheiß die wandern ich kann zum trex viel an alle vorstieg der leute zu viele ja ich sehe es gerade aber ich sterbe auch fast nein das trägt sich auf mich gegangen gestern durchsache muss man putten es war mir schon klar stehe auf jetzt wergel man nicht noch zu uns geht es geht und zu einer gestorben auf der scheiße und er hat fast nichts mehr von mp als schießt du möchtest sind aber vor dem stehen ja ich passiert ich kann nicht weg jetzt nicht mal aufpassen wollen schießt ok was macht er jetzt macht er das jetzt viel mehr kreise als bei hohenkönig red da ist einfach nur weniger platz stimmt der platz ist nicht groß das ist allerdings wichtig genau stand ihn jetzt mal ich habe auch ganz übels glück und mit welchen muss sie dir anbieten aber morgen scheiße alles was war das jetzt wieder von schaden hat man die hälfte 9 die ich kann trotzdem oder so nein ich habe gar nichts mehr das ist schlecht Komm schon! Ja, ich hab Bimby bekommen, cool. Nice. Oh oh. Was ist das für eine blöde Technik? Ach, da haut er welche weg. Interessant. Darf man nicht vor ihm stehen. Uh! Ja komm, pack mal. Ja gleich. Machen wir gleich. Alter! Hat der Haut schon richtig krass damage raus. Oh oh. Uh! Oh, Silly kriegt auch ganz schön. Oh oh. Ah gut, ich bin in einem wichtigen Eck. Oh! Warum kommt der auf mich? Er mag dich nicht. Jetzt kommen wieder Mobs. Ich mag umbringen und Schaden kriegen. Ohhhh. Ohhhh. Uh! Ah! 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 Scheiße! Ja jetzt kriegt man aber... Ja komm. Jetzt darfst du mal übersterben, Alter. Der ist jetzt eh schon tot. Ja schon. Oder? Ja, so gut wie er hat Blackout. Ganz. Ah! Scheiße, den ist nicht mehr. Ein Leben. Jetzt kommt schon, Leute. Wenn ihr jetzt verkackt, gell? Das kann's doch nicht sein. Oh ne, das trifft mich nicht gut. Jetzt hörte den! Greif an! Letztes Mal war es leichter. Jaaa. Keine Ahnung. Ich mach ihn zum ersten Mal. Jetzt töte den! Shit, Alter. Ja, mach's jetzt. Mach's ihn fertig. Der fliegt. Wenn wir jetzt noch mal fliegen würden. Mal wieder. Uh! Gut für uns. Wir haben's geschafft, Leute. Wär noch nur Haarscharf. Uh! 20k kriegt man hier nicht schlecht. Not. Not bad. Ich hab jetzt überlegt, dass ich es aber noch mal macht. Ja, es ist die. Drachenhaut. Hm. Was ist das du? Warum? Die kann ich brauchen. Weiß ich nicht, was soll ich bekommen? Hm. Öffne deine Rekord. Was soll ich bekommen? Drachenhaut. Ich bitte dich. Was ist das denn, bitte? Drachenhaut. Drachenhaut. Okay, Leute. Das war der erste Raid für den ersten Part. Für das erste Video. Seit langer Zeit mal wieder. Als nächstes kommt Glaserus oder Wüstenräuber. Müssen wir uns überlegen. Bis dahin. Ciao, ciao.